Am 27. Oktober 1991 wurde in Anwesenheit von Herrn Vorstandsdirektor Furch die Druckrohrleitung Tar-Beladam an den Kunden übergeben. Bei diesem Bauwerk handelte es sich um die größte Druckrohrleitung der Welt mit einem Durchmesser von 13,3 Meter. Vom pakistanischen Personal unter VAMCE auf Sicht wurden 12.000 Tonnen Blech vor Ort zu Rohren und Abzweigern verarbeitet.